Hi, grüß dich. Gestern haben wir es geschafft, die 40 Kilometer wieder voll zu machen und leider haben wir auch ein bisschen Probleme bei mir. Die Hilleszene ist etwas dicker geworden und tut auch weh und bei meinem Vater sein Knie ab und zu und da müssen wir heute einen Gang runterschalten und aus dem Grund haben wir uns vorgenommen, heute 30 Kilometer zu machen und vielleicht ein bisschen mehr, aber auf keinen Fall 40 und genau so ist es an der Börse, genauso wie wir hier mit dem Feedback unseres Körpers arbeiten, kannst du an der Börse mit dem Feedback des Marktes arbeiten und das ist das, was aus dir ein Profitrader macht. Also hol dir das Feedback und reagiere auf das Feedback des Marktes. Wie du das genau machst, siehst du natürlich in den Online-Ausbildungen, die ich auf meiner Seite habe, melde dich an für die kostenlose oder auch für die bezahlten Ausbildungen. Da hast du das ganze System für sicheres Trading und kannst auf ganz genau diese Merkmale hören und dementsprechend reagieren, kleinere Gewinne machen, kleinere Verluste machen und größere Gewinne. Alles Gute und bis bald. Ciao.